Ich bin fasziniert, dass sie sich für Leute wie Miss Kiyoshiya noch irgendwelche Waffen ausgedacht haben. Oder für die Feen. Ich meine, bei Maronos, da gibt es noch Sinn mit den Rasseln im Ansatz. Aber die Armreifen bei den Feen und Miss Kiyoshiya, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt genauso wenig Sinn, wie die ganzen Shika-Tafeln für Prinzessin Zelda. Die gibt es ja jetzt auch an jeder Ecke. Seltsam. Ein Test von Linksstärke. Gegen alle Guten aus Aurobosa. Was kriege ich da unten? Ist das Ganon seiner Rüstung? Sieht ein bisschen danach aus. Sollte ich wieder der Schattenkämpfer werden, der ich am Ende vom Let's Play wurde? Das war geil. Ist da noch die krasse Rüstung und dazu diese Maske von Varudania mit dem Cape? Ich sah so geil aus. Hyrule gehörte mir. Aber naja. 45. Ich habe ein bisschen Bauchweh, was die Zeit angeht, aber naja. Drück zum Schild steht dann X, wenn du rennst, und lass B gedrückt, während du läufst, um zu rennen. Theoretisch. Das ist immer so eine Belegungsphilosophie-Sache. Ist der Sprungknopf oben oder unten? Drückst du dahin, wo du hin willst? Oder die Beine, die du benutzt? Gut gemacht, Sora Hauptmann. Du hast dafür gesorgt, dass ich meinen super Schwung nicht mehr benutzen kann. Ich muss mich jetzt auch noch bewegen durch die ganze Sache hierher. Das tut mir leid, den Kapitel hasse mich nicht dafür, ja? Och man, die Arme. Ich vermache dir mal keine Sorgen. Ich muss ja nicht mal das Video über dich machen, was ich seit Ewigkeiten im Kopf habe. Gameplay mit Herz nenne ich's. Freust du dich? Es geht im Prinzip darum, wie es den Spieler dazu gebracht wird, ihn nicht zu verlieben, nur um dann jemand anders auf die Bildfläche zu rufen. Vielleicht doch nicht so dein Thema, ich weiß. Okay, wer ist der Nächste? Oh, schon beeindruckend. Aber das geht noch besser, oder? Keine Ahnung, wo steckst du rüber? Halle, ich komm gern zu dir. Lass mich mal durch, Sora. Halt! Ich meine, man könnte jetzt debattieren, dass ich halt, die alle stehen. Das ist vielleicht nicht so vom Feinsten, aber ich brauche die sowieso nur, um meine Leisten hier aufzuladen. Dies sollte mich nicht verlaufen. So, jetzt aber weiter hier. Was, Tewa ist hier? Krass. Hab ich den gerade gesehen? Bei der bestimmten Gegner Herausforderung, meine ich. Wo ist denn jetzt der Vorposten, den ich erobern soll? Bin ich im Vorposten? Ich glaube, ich bin im Vorposten. Achso, ich muss Tewa auch noch aus dem Vorposten fegen. Kein Ding, Tewa. Pass auf, hier. Ich weiß jetzt, was du drauf hast. Ich bin nicht so sehr beeindruckt, wie ich vielleicht hätte sein sollen, aber... Jetzt weiß ich wenigstens, woher dieser krasse Schuss am Anfang kam. Ich dachte schon, das war der Hauptmann. Okay, wer fehlt jetzt noch? Hvali, ne? Na, sowas. Jetzt bringen wir Sven. Okay. Siege Revali und Sidon. Und wenn's geht, beide so ist fort und zusammen. Ich verstehe. Wer will zuerst? Ist eigentlich irrelevant, wenn ich ehrlich bin, aber okay. Oh. Ich wollte gerade eine Bombe benutzen, Leute. Jetzt einfach, weil ich die Items da drin wollte. Aus keinem anderem Grund. Okay. War eine dumme Idee, ich merk schon. Ja! Was ist denn jetzt, dass Sie dann schon besiegt? Sorry, freute ich mich. Ich dachte, ich kümmere mich hier mal erstmal um Rivali, damit ich ein bisschen mit seiner rummachen kann. Also kämpfen. Nicht das andere rummachen. Der Wirbelwind Rivali. Festgesetzt bis in alle Ewigkeiten. Viel Spaß, Freund. Ha! 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 Ja, ich glaube, mit euch den Boden gewischt war jetzt die richtige Ausdrucksweise, wenn man beschreiben will, was gerade passiert ist. Oh, sehr schön. Die haben ein ganz gutes Foto gemacht, genau in dem Moment, wo ich gerade folge. Aber da ich in der Zeitdruck stand, hat nur 305 Gegner. Link hat mal wieder sein Trage-Limit erreicht, weil aus Prinzip. изizier ja ins Ganz falsch! ondern ausый du Geschwindigkeit ist natürlich auch was. Antike Materialien nehm ich mir immer noch auf für wer weiß was. Heute Quote für Heil-Items plus 20! Warum habe ich das nicht genommen? Das wäre doch gewesen. Achso, es ist die Isolierrüstung nur schade. Die ist natürlich nicht so geil. Die sieht immer ein bisschen dumm aus. Finde ich. Mein Lieblingsrestaurant ist schön für dich. Ich hatte die glaube ich auch eine Zeit lang, weil es ganz gut zum Varodania-Helm gepasst hat. Echt? Da kam mal nichts dazu? Ja ja, ich weiß. Ich wollte auch grad zur Schmiede um mal was auszuprobieren. Nehmen wir das Mister Schwert. Wollte das die Quote erhöhen? Ne ne? Schade eigentlich. Jetzt müsste ich also erst das Zeug entfernen, um es dann wieder raufzuspielen. Ne. Ne. Das ist mir dann doch zu doof. Also jetzt willst du Marodos machen? Nö. Großprinzip? Nö. Stärker als je zuvor. 39 sind voll und wir sind 62. Ich bin noch nicht ganz doppelt so stark, aber... Ich meine, wenn die hintereinander kommen, ist das kein Problem. Wenn die alle auf einmal kommen, habe ich ein Problem. Das sind normale Viecher, ne? Also keine Spezialelemente. Brauche ich Bewegungsgeschwindigkeit? Chance auf Ausweichen. Liegt schon eher. Kann man was, was nicht so teuer ist? Dann doch lieber das hier. Boah. Probegesieg dagegen. Erfüllt sich die Spezialleister. Ja, das könnte ganz gut sein. Ne, wir nehmen das mal. Du, 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 du. Du, 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 du. Bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin. Das lädt und lädt im Kreis herum. Ich muss auch noch ein bisschen Xenoblade leveln, aber ich habe gerade echt keine Ahnung wie, weil das einfach nur langweilig und nervig und langwierig ist vor allem. Ich meine, ich bin mit meinen Level 28 Charakteren hingerannt und habe so eine Schildkröte auf Level 34 oder so besiegt, was mindestens 15 Minuten gedauert hat und nicht mal großartig Level dafür habe ich bekommen. Natürlich. Ich mache das jetzt hier ganz langsam, ja? Ich würde gerade sagen, ein nach dem anderen, wobei mir gerade einfällt. Scheiße, geht hier gar nicht. Ich kann das gar nicht ganz langsam machen. Und da geht mein Spezialangriff hin. Ich mache das jetzt einfach so ein bisschen mehr. Ach, 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 Ach! Ach, Ach! Ach. 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 Oh! Oh! Damit schlitterst du vom Ziel hervon und kriegst einfach nicht das zu fassen, was du grade eigentlich haben willst. Oh! Oh! Oh. Im Endeffekt wird er nur noch drei Minuten haben. Natürlich greift der Blauer Läufer jetzt an. Ich muss immer ein bisschen darauf achten, dass ich den nicht aus den Augen verliere. Mann, der hat aber einen heißen Schritt. Okay. Ja, ich bin kein Freund von zwei gegen einen. Ich weiß nicht, wenn es so ein Hüfenviecher sind. Oh, sonst geht's hier noch, Leute. Ja, ich bin hier gerade mitten im Kampf. Find's the fair, ja? Hä? Ist das nicht besiegter Gegner füllt Spezialleisten? Das ist ein tolles Ding. Wo ist denn das jetzt? Meine Spezialleiste ist noch nicht gefüllt worden. Was soll denn der Blödsinn? Beschiss, ich will meine Zutaten zurückhaben. Was sagt er uns das? Kochen ist nutzlos. Selbst wenn man sich mal was holen will, dann... Ist nicht, weil... Geht nicht. Hallo? Hehehehe... Ja. Wah, wah. Hui, oui. Hui, vi, Ö, we, we. Irgendwann werde ich das mal hinkriegen. Ich glaube, er ist einfach zu nah dran dann, immer, um ihm mit diesen Eiskletzen wirklich gefährlich zu werden. Puh! Na klar! Hier! Alle hopp! ein Armband für die Klunker-Fähen. Mmh. Was? Ich soll die nicht mögen? Hast recht, tu ich nicht. Ich meine, die großen Fähen waren schon immer ein bisschen seltsam, vor allem in Ocarina of Time, aber da waren die nur ein bisschen creepy und nicht auf die Art creepy. Waren die großen Fähen jemals nicht creepy? Ich weiß gar nicht. Kenne ich überhaupt noch welche? Welche Zelda-Spiele habe ich überhaupt gespielt? Ocarina of Time, Majora's Mask, Breath of the Wild. Komisch, dass ich ein Fan von dieser IP bin, obwohl ich nur drei Spiele gespielt habe. Jetzt das vierte, ja. Ich meine, ich habe ein bisschen Twilight Princess angespielt, aber ich weiß mittlerweile auch nichts mehr davon. Blöderweise. Ich habe Skyward Sword hier, aber es nie benutzt. Weil irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Ich wollte es wegen der Wii-Mode haben, wegen der Gold. Und, ich weiß nicht. Nie zu irgendwas gekommen. Ich meine, ich habe auch das erste Spiel mal angespielt. Aber da brauchst du ja einen Lösungsguide in dein Hirn eingebrannt, damit du da überhaupt vorankommst, habe ich so den Eindruck. Deswegen... Hmm. Vielen Dank.